Ja, herzlich willkommen bei Bruno und bei Jan. Wir haben heute sogar die Papageien hier, über die wir in der letzten Woche gesprochen haben. Und wir haben vor allem über Schmerzmittel gesprochen. Das mache ich jeden Tag, das mache ich seit mehr als zehn Jahren. Wie wirken die, was haben die für Nebenwirkungen, was haben sie für Wechselwirkungen? Ganz, ganz wichtig. Und wenn ich jetzt den Bruno jetzt einfach mal bitte, hier diesen Beipackzettel durchzulesen. So ein Beipackzettel ist eigentlich an sich schon immer psychologisch aktive Sterbehilfe, weil wenn du da stehst, dass du Magen-Darm-Störungen bekommst, dass dir schlecht wird, dass du erbrechen musst, dass du Schleimhautblutungen bekommst mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, die größer ist als 1 zu 10, glaube ich schon, dass es Sinn macht, dass wir über Alternativen und andere Lösungsvorschläge sprechen. Das ist zwar cool, wenn ein Zauberkünstler versucht, ein Schwert zu schlucken, aber es tut weh. Wie ihr seht, fühlt sich gar nicht mehr so weich an, alles gar nicht mehr so komisch. Und wenn jemand meint, er müsste hier so wie Stefan Moss so einen Currywurst-Chili-Spice-Contest machen mit Tabasco, das mag lustig sein, aber das ist schmerzhaft. Das tut weh. Braucht kein Mensch. Nennt man Sodbrennen. Aber was so banal klingt, das tut richtig weh. Ich weiß, wovon ich spreche. Ein befreundeter Chirurg von mir hat mal gesagt, pass mal auf, lieber Jan, ich habe hier diesen Zettel von der Firma, die mir so ein Schmerzmittel eben verkaufen will. Und da steht drauf, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass deinem Patient der Magen durchbricht. Beziehungsweise um welchen Faktor sich die Wahrscheinlichkeit erhöht. Dramatisch. Es ging um Celebrex. Es ist ein Cox-2-Hämmer. Punkt 1, den ich heute mit euch besprechen möchte. Punkt 2, Bruno und ich sind HSV-Fans. Ja, und ganz im Ernst, das reicht auch schon aus, um ein Magengeschwür zu bekommen. Und wer jetzt den Ivan Klassnitsch kennt, der war 2004 Deutscher Meister mit Werder Bremen. Und er hat zu viel Ibuprofen, zu viel Ibuprofen von seinen Ärzten verordnet bekommen. Er hat es in Dosen bekommen, die reichen fast für einen Elefanten aus. Und jetzt hängt er dreimal in der Woche an der Dialyse. Muss nicht sein. Aber mal Hand aufs Herz. Die Dosis macht natürlich das Gift. Deswegen frag deinen Arzt, frag deinen Apotheker, frag den Bruno, dann bist du halbwegs safe. Auch ein sogenannter Magenschutz hätte den Athleten jetzt nicht vor der Dialyse bewahrt. Trotzdem lasst uns beim nächsten Mal über Magenschutz reden, über die allseits bekannten Protonenpumpen-Hämmer. Weil es ist schön, wenn du keinen brauchst. Er wird jetzt einen brauchen durch das Schwert und das Tabasco. Aber es ist schön, wenn es ihm dann hilft oder wenn es uns hilft. Wir zwei kümmern uns jetzt um die Papageien, weil die haben festgestellt, dass hier in diesem Voltaren, dass da Voltaren Plus draufsteht, dass da eben ein Opioid drin ist. Deswegen müssen wir hier jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Wir sind kurz angebunden. Ja, Love, Peace, zieht die Mundwinkel nach oben. Euer Bruno, euer Jan und heute noch die Papageien. Macht's gut. Bye.